Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und dann endet es immer, wo es extrem ist. Einfach mitmachen mache ich nicht, dann kann ich es sein. Mach es heute und mach es nicht morgen, sondern ziehe es jetzt durch. Vielleicht ist es morgen spät. Bis zum nächsten Mal.